Ich habe schon 10 Wano. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 also die letzte schildzelle die durchgekriegt war gut aber jetzt aber keine schildzellen mehr sind aber auch nicht mehr viele nicht weiter defensiv die zelle bei 10 ich komme versuch zu euch zu kommen die fokussen mich gerade ich bin auf sakai dann oder objekt kurven bei wen hast du ja ich gehe auch mit auf kurven ja deathpunch und sakai fliegen zusammenhängen hängen an hermut und brain dran ja ich hole aber tinne ein und hängt ganz langsam gar nicht rein er macht schaden geht auf kurven tinne ist für mich zu weit weg bleibt an tinne dran ok nein nein ok ich drehe um dj kurven mit dj kurven dj kurven Halbes Child noch Ledner Unterbrochen Oh, ich bin ja 30 Kilometer weg von euch Ja, euren Gegner sehe ich gar nicht Ich bin weiter schon auf Curven drauf Ja, ja Zelle Unterbrochen Treff gut Kannst du mir mal im Buffer passen, Chabes gleich? Danke Ich habe nur noch einen Ring Da brauche ich jetzt mal massiv kurz Schaden Das hat sich gleich erledigt mit ihm Bild Zelle unterbrochen Sehr schön Nochmal unterbrochen Auf auf ihn Bild weg 65% Stopp Stopp Sakai? Ne, Tindel müsste wieder hier sein, oder? Tindel Ich bin schnell genug für Tenne, so wie es aussieht Okay, wenn ihr dranbleiben könnt, ist okay Auch Lass mich gerne an zu scannen Die wird schneller Aber nicht viel Ich will die gleich weg Schilder weg Schilde weg Vorsicht Ich brauche ein bisschen Hilfe jetzt klar Aufpassen, Jinxu, sie hat was rausgefallen Du brauchst ein bisschen Hilfe jetzt klar Ich brauche ein bisschen Hilfe jetzt klar Ich brauche ein bisschen Hilfe jetzt klar Ja, der hat den umgenickt, er hat den einmal gerammt, ich habe erst gedacht, der geht auf euch los, ja, klar, der fliegt ja auch mit uns gerade im Wigginger, der kommt ja gut klar mit Mega-Lost. So, kurz konzentrieren den Rest, bitte. Sorry. Ich habe die ganze Zeit hier zwei Leute an mir. Ja, wir sind auf Tende, der dürfte nicht mehr lange durchhalten. Ah, Kai. Ja, ich halte auch nicht. Ich habe nämlich nur noch... Egal, wir haben schon zwei raus, wir den... Ich konnte gerade nicht treffen. Auch nicht. So, keine Klugkörper mehr, aber noch zwei Schildzellen, die muss ich jetzt bedacht einzusetzen. Schildzelle. Habe ich getroffen. Hold up. Ich habe ihn erwischt. Er hat mega überhitzt, der hat den Sprungantrieb fast komplett kaputt. Ich habe mich selbst auch überhitzt beim Jagen. Ja, ich auch ziemlich. Der überhitzt immer noch gewaltig. Programmantrieb gleich auf Null. Vorsicht, 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 Vorsicht. Stopp, stopp. Okay, stopp. Und Death Punch. Und Death Punch. Da ist er mir dran, die ganze Zeit. Ja, mach's gut. Bisschen defensiv, ein bisschen Cyclo. Abonniert den Sprungantrieb. Okay. Und das ist ein bisschen zu sehen. Und das ist ein bisschen wie vor, was ich schon mal見EM partner. Wie ist das? Ich bin sicher. Was ist das? Ich bin hier. Ich bin hier. Da ist ein bisschen viel. Ich bin hier. Was ist das? Jetzt? Ne doch nicht. Darker schreibt, dass irgendjemanden Tino abgeschossen hat. ich habe zwar getroffen aber zu spät er braucht zu spät getroffen glaube ich überhetzt momentan die ganze zeit getroffen die zelle kaffee ich auch zelle zelle kaffee unterbrochen warum werde ich so mega heiß hier ich werde auch mega heiß total fütt weg Und, wie viel haben wir noch? Stop! Alles klar. Ich würde sagen, das ist eindeutig, ne? Flawless.